ok warte warte ich muss das intro da anfangen und dann sage ich mit seinen special guest und dann treib mich um hallo und herzlich willkommen zum neuen motorvlog auf meinem kanal auf unserem kanal wie gesagt und wo wir gerade bei uns sind haben wir special guests einfach endlich einmal ein kanal mit kanal besitzer die einfach mal ein video dabei ist erst einmal einfach nur ihr wisst bescheid by the way wer den typen kennt ist eine legende besser gesagt wer den typen hast ist eine legende und ja jetzt endlich haben wir mit oliver ein video und in zwei wochen kommt auch ein video also da kommen wahrscheinlich sogar zwei weil einmal da und einmal in soosburg stimmt und genau was ich sagen wollte der spurtauspuff ist jetzt auch nicht mehr oben aber der kommt wieder auf bis zu die semesterferien dann wir sind einfach zu fett sich sein heute letzten gang ich weiß es gerade ehrlich mit geht noch an er geht doch ja ja die polizei oder nach oben nicht oder doch 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 auch scheiße auch scheiße bitte dran in die dumme hatte kann die um Nein, glaubst du nicht dran, ich glaub nicht. Wink zu, wink zu, wink zu, wink zu. Der kann mich jetzt allein da so behindern. Nur was, was das ich nicht ganz verstehe, wie kann z.B. eine coole Wurdas oder Mochi, wie kann ein D, das die ganze Zeit morgen, ich hab's doch richtig schlecht. Wie ist das, weil die so schreien? Obwohl, der ist ja auch schon so, wie es denn in der Unterricht ist. Ja, ja, eh deswegen, das ist richtig komisch. Kann ich schon haben. Oh, du bist, du warst. So, du bist nicht froh, Leute. Ich kenne, dass die Würstchen, nah, die sind nicht dran, weil die Würstchen sich gleich leider aufbauen, ok? Die Würstchen sich gleich leider aufbauen, ok? Die Würstchen sich gleich leider aufbauen, ok? Genau, die Würstchen da morgen, oder was? Vielleicht die Furze oder so, oder was? Die Furze, was ist die Rheine? Oh, scheiße, Marendi, bitte Marendi, bitte Marendi. Scheiße, aber es ist gut, dass die... Also, die Achtung da, jetzt schau, dass das Gemälde ist, weil ich so... Das ist ja echt schon mal... Schau! Aber ich weiß, es wird hier nicht was leider machen. Ja, das muss jetzt auch... Und schon wieder die Eile. Oh, das ist süß, die Räuchte vom Zaun hat, Alter. Was? So, die Räuchte vom Zaun hat. Mach die Augen, bitte. Ah! Practice. Practice. Alles musst du noch. Schnell den Zaun. Alter! Alter Schwede! Alter Schwede! Das kriegst du da auch noch genau, oder? Ah, nein, da krieg ich mal nicht so... Das ist cringe! Das geht aber eh gut, die Furze muss schon... Die, weil ich schon... Sexlob. Nein! Die, weil ich schon... Ich glaube, die Räuchte gut... Das ist wohl klar... Aber du hast nicht geschreit. Gut! Auf dem vierten Geduchten... Oder vierten, weiß ich was. Das ist schon echt gut, aber... Soll ich mir fertig küssen mit dir vor allem, wo du das... Ich muss mich drauf... Obwohl es schon... Ich muss mich selbst... Ich muss mich selbst... Das geht nicht wirklich... So mit der Pülle, wo... ...wieder eine Herkunft und den Schreck draufkissen... ...weil es... ...weil es... ...weil es. Ich will mich dolls. Ich mach sie Ich hab sie voll die Dichtung Scheiße, Aua! Ne, das ist ja abzusorgen. Schau, dass du dich hier in diesem Schleifst. Oh, die Schleifst. Die Geräusche für Zorn war es. Was? Sorry, die Geräusche für Zorn war es. Ah ja, Aua! Schleifst! Also, wir haben doch gerade diese... diese abgestiegen... ah ja, abgestiegen. Oliver, verpisst ihn. Da kommt so richtig geiler Duft aus. Er hat auf Oliver ein bisschen aufgeschprüht. Props gehen raus an die Oliver. Echt, danke dafür. Ja, das riecht absolut geil. Und es geht noch. Das riecht so geil. Ach so Leute, wir fahren jetzt oben auf in die Oldstadt. Wird recht lustig, sagen wir mal so. Oh ne. Oh ne. Ja, Digga, wir müssen noch wieder in so einen niedrigen Gang auf. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Nein, doch, wir müssen da sogar auf. Glaub ich halt. Ich fahr da nie wieder ohne Spurte auf, hast du gehört? Digga, das ist absolut cringe, wenn du gleich schnell wie die Furskeher fährst. Das ist ja... Das ist ja... Ei, 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 wir fahren in die Oldstadt. Nice, 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 nice. Also kurz, guck, fahr was ich nieder. Mann, die ist so lieb. Alter, ich werde die wär. Mann, die hat mir grad die Ehre genommen an die Schuhe. Ich wollte dich grad ernsthaft streichen. Ich wollte dich grad ernsthaft streichen. Das ist ja so. Hat euch hoffentlich der Vlog gefallen, obwohl nicht viel passiert ist eigentlich. Also für uns schon, aber für euch nicht extrem viel, sagen wir so. Gönnt euch den Sonnenuntergang noch. Viel davon sieht man nicht. Der ist ein Knecht, folgt uns auf Insta. Ist in die Kommentare verlinkt. Wir sind ein Badebehindert. Aber ich glaub, da machen wir noch nicht das Outro. Ich glaub, wir fahren noch eine Runde. Das ist ein Café. Ich glaube, wir haben noch nichts gelernt. Wir sind ein Körpers, zu scherz. Wir haben ein Körpers, zu scherz. Es ist ein Körpers, aber wir können also ein Körpers.